Bis jetzt der erste Wasserstrahl kommt, das dauert ja schon Ewigkeiten. Oh, Leute, Leute. Mir kann das hier unter den Arsch abrennen und ich sitze im Sessel, ich merke nix. Und das vor Weihnachten, Prostmachtzeit. Meine Gude, jetzt fließt das erste Wasser. Und das ist das erste Wasserstrahl. Vielen Dank.